Das kommt überraschend. Seit Tag 1 wird sich im Legenden-Dschungel-Camp gezorft, was das Zeug hält. Punkt umso überraschender ist da Thorsten Legat an Tag 10. Da macht er nämlich tatsächlich einen Schritt auf Julia Siegel zu und bittet sie um Entschuldigung. Wie das aussieht und wie Julia darauf reagiert, gibt es im Video zu sehen. Thorsten Legat über Julia Siegel, sie ist für mich kein Vorbild. Keine polarisiert in Dschungel-Camp gerade so sehr wie Julia Siegel. Egal, was sie auch macht, die Gunst ihrer Mit-Kämper kann sie nicht mehr für sich gewinnen. Punkt als die Kemper bei einer Zwischenbilanz abstimmen müssen, wer von den Kempern das Potenzial zur echten Dschungel-Legende hat, findet Thorsten Legat deutliche Worte. Für mich kein Vorbild und eine Nicht-Legende ist Julia, so der 55-jährige Punkt Julia Siegel, ich wurde jeden Tag mehrfach einfach nur angebrüllt. Für diese Worte will sich Thorsten jetzt vor der versammelten Camp-Mannschaft bei Julia entschuldigen. Punkt Ich habe das ein bisschen hardcore ausgedrückt, weil die Emotionen gekocht haben, so Thorsten zu seiner Mit-Campen. Punkt und weiter, ich bleibe bei meiner Meinung, aber du bist eine hervorragende Frau. Punkt Wir kennen uns über Jahre und deshalb möchte ich mich als gestandener Mann von 55 Jahren bei dir entschuldigen. Worte, die auch Julia nicht kalt lassen. Punkt 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 Met